Die nächste Nummer ist etwas moderneres, geschickt für unser Gitarrist Loweck und es heißt Running Up That Hill. Die nächste Nummer ist eine Nummer. 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 Die nächste Nummer ist eine Nummer ist eine Nummer. Die nächste Nummer ist eine Nummer ist eine Nummer. Die nächste Nummer ist eine Nummer ist eine Nummer. Die nächste Nummer ist eine Nummer ist eine Nummer. Die nächste Nummer ist eine Nummer ist eine Nummer ist eine Nummer ist eine Nummer. Sehr gefilmt. Weil, früher, ja, ich muss früher ein bisschen spannen, sorry. Früher waren viele Kannibalen, auch hier in Deutschland. Vor allem hier, Wolfsburg, die hat es lassen. Und da, das hieß nicht Omnibus, aber Menschenfresserkeller. Und so viele Kannibale, und je einmal im Monat bei Vormund wird so eine Person... wie das, wie so ein grosser Kessel mit kochendem Wasser, so... und dann wird dann aufgekessen. Aber, so nur Menschen auffressen, macht natürlich keinen Spaß. Da wird eine gute Musik dabei. Ja, weil Musik... So, jetzt spielen wir einen sehr speziellen Menschenfresserrhythmus. Und, ähm, sein Rhythmus heißt Yuka. Und wir haben, dieser Yuka haben wir den Titel gegeben, Mother-in-Law. So, Schwiegermutter. Weil, so, ich sag immer, Schwiegermutter sind nicht immer, aber sehr oft auch sehr schwierige Mutter. Und die wurden dann ganz einfach gekocht. Und die wurden dann ganz einfach gekocht. Ja. Und letzt, äh, wir haben hier Mittwoch auch gespielt, dann haben wir so eine Mutter gegessen bei McDonalds. Und, ähm, so, ja, guten Appetit. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Berebo, Timo, Lote, Berebo, Timo, Guentia Es mio sobrer nemo digno, Berebo, Timo, Lote, Berebo, Timo, Lote 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 Vielen Dank. Applaus 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 Applaus